Meinst du? Alter, ich könnte dir jetzt um einen Platz eine halbe Milliarde geben. Geil. Obwohl das eine coole Idee schaffen wäre, dann könntest du auf Ebay wahrscheinlich oder so. Verkaufe 500 Millionen Seabills für, was weiß ich, 30 Euro. Ne, Story, Love, Entschuldigung. Ja, 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 ist egal. Ich hätte mal erwartet, dass sie das Factionplay voranbringen mit neuen Gameplay-Elementen. Also ich hätte ja, aber okay, das ist auch wieder so eine Fantasiererei. Das gibt's ja gar nicht. Das ist alles nicht. Ich hätte mir ja so gewünscht, so eine Art Planet-Zeit halt im Battletech-Universum. Aber auch, wie gesagt, da brauch ich gar nicht weiterreden. Wegen den Netcode, der nicht bei denen auf der Solaris wäre wichtig. Ja. Hm. Hm. Ja. Ja. Ich muss da grafen. Ich muss da grafen. Ja, das ist doch keine Regenung. Ja. Fuck, ey. Ich hab ich vergessen. Das werde ich nicht vergessen. Das war doch mal. Was ist denn? Ja, das war das blaue Zeit. Ich war doch noch mehr. Halte mal, wir haben eben auch zwei. Ich bin halt quasi direkt auf den Toris-Kettels-Ugel laufen. Ja. Ja. Ja, der ist ja Ich hab mich ja ganz speziell Ja, bravo, wir wissen Oh, der hat sich selbst gebraucht Alpha Okay, da haben die Jungs definitiv die falschen Mechs eingepackt Ich werde von hinten beschossen Ja, Stealth, Javelin hinter uns Okay Meine Backe Ah, sorry Ich glaub das Ich glaub das hat sich Bei welcher Zeit haben wir jetzt ein Match bekommen? Acht Minuten oder so ein Verstrichen? Ja, okay Den brauch ich jetzt nicht hinterher Wir können sie Der ist Richtung E4 Ja, also der müsste irgendwie jetzt Richtung Also ich bin eben hinterher gelaufen Da ist ja so E4 gewesen dann Richtung E3 Würde ich jetzt sagen Hinter dem Berg da Falls man das Berg nennen möchte Aber ich bin zu langsam Ich meine Wir könnten auch auslösen Ganz ehrlich Genau, das meine ich nämlich Wir sollten ja nur wenns geht ein bisschen zusammen bleiben Weil der ist ja alleine glaube ich nicht ganz ungefährlich Na ja, ich kann nur mit dem Z-Glaser aufschalten Nein, kannst du nicht Ich hab jetzt Selbst geht gar nichts Leider Keine Chance mit einem Tag Auch mit einem Tag keine Chance Naken könnte man ihn Das wär das Einzige Ja, richtig PPC hilft auch nicht, ja? Doch, PPC hilft Ah, okay Hä, PPC? Ja, weil es das ECM ausschaltet Genau, weil es das ECM ausschaltet Ach so, also kurzfristig oder wie? Ich glaub 5 Sekunden Aber ist ja egal, wir müssen ja escapen Also ihr könnt doch einfach sammeln und dann abholen lassen Ich In Hotel 6 ist noch was Vor dir und links von dir sind auch noch welche Bierchen Entschuldigung Daniel Ich bin bei dir drin Ah, da ist da noch was Übrigens, wir haben Kontakt Ja Los Signal Da ist er Hinter mir Ja Versuch ihn mal zu laggen Boah, sag aber halt Doch, du kannst ihn mit links passen Nein, der hat's halt safe abgeschaltet Weil er zu weiß gewonnen ist Richtig Ja, da ist er mit links gegensteht Aber ich hab's oft genug kapiert Also der hat schon langsam Muss er aber geleckt sein Das kann jetzt hinhauen, ey Ist das ein Assassin? Ne, ist ein Geflin Achso Geflin, okay Ich dachte wegen verbuggter Hitbox und so Der Name ist down Er ist geleckt? Ja, er hat mich auch geleckt Ja, er hat mich auch geleckt Doch, er gehört an der anderen Seite Ach du Scheißner, da dürfte es laufen Ja, ich hole da hinten noch die drei Infos Lauf einer hin Ich bin geleckt Ich werde die drei Infos da holen Okay Hier läuft nicht mehr nach 80 Ja Du ähm Ja, es sind ja anderthalb Minuten Das müsste Ja 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 Ja, klar Das ist schon Knapper Zeitplan jetzt Doch, 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 doch Funktioniert es müssen Zweieinhalb Quadraten Das schafft dann in der Zeit Ja Das Kommt zu mir Achso, ich bin doch schon Ich lauf gerade Achso Gut, oder ich dreh ab Ne, dann lauf weiter Verstanden So, ob ich alle vier in der Zeit schaffe Weiß ich nicht Wir sind vier in groß Ja, also Phoenix ist fast da, Daniel Deswegen dann Guck mal hier noch mit Ob wir Ob hier vielleicht noch was ist Ja, da habe ich einen Daniel, du kannst ja vielleicht noch ganz kurz warten Gleich Ja, ich bin ja noch nicht da Ja So So Immer noch zwei Quadrate weit weg Läuft denn Hans-Wenn eigentlich 81 oder? 87 Ach, der guckt, das geht doch Glaub ich der einzige Medium bei dem ich Speedfield gestillt habe Oh, du hast noch einen Hintel da rennt jetzt hin Oh, du hast doch einen Hintel da rennt jetzt hin Ich bin jetzt einfach nicht rein. Und die haben einfach schon disconnected, doch ich habe es trotzdem. Charo Jai sagt mir nichts. Russische Nervenbund. Ach so. Wir haben doch gerade eben schon abgefrühstückt. Genau. Ja, aber auf der Karte könnten die irgendein widerlichen Scheiß wie ER Large Laser die Karten abziehen. Genau. Ach so, wir sind diesmal Verteidiger. Fuck. Na mal gucken. Boah. Gibt es sich da entscheiden oder wie lange nehmen wir? Aha, das ist eine kroatische Beleidigung. Interessant. Was bedeutet das denn, Frau Skechum? Kannst du kroatisch? Ja, das in dem Fall ist es aber trotzdem russisch. Er ist russisch. Also treffen wir uns mitten im Fall, oder? Mhm. Override engaged. Ja, Override ist engaged. Ja, man hat einen no-brainer. Ja. Ja. Ja, im Grunde genommen. Irgendwie sind die bisschen langsam grad. Mehr. Gegner. Höher. Spricht dagegen, dass sie jetzt schnelle Max haben eigentlich. Ah. Okay. So, Entschuldigung. Wartung ist es, Kindscher. Alles klar, danke, Frau Skechum. Alles klar, danke, Frau Skechum. Na, ist er Womits oder was? Wir könnten auch hier irgendwie so planen. So ist es nicht. Äh, ich glaub ich nehm mal... Boah, die gehen auf Beine, die Wichser. Ja, natürlich. Ich bin auf dem Kentaro, Bertha. Komm links. Ja. Geh auf links. Bertha? Ich hab hier zwei bei mir. Ja, lasst euch mal ein bisschen zukommen. Ja, ich hab nicht viel Auswahl, wenn ich von zwei um Single bin. Ich schau bloß, dass ich den Buschwecker so viel wie möglich wegzwicke. Botsch. Fokussieren ein bisschen wenig, wenn ich das lange werde. Ja, dann. Ich hab hier gerade nicht zu groß. Ich hab das besser aufhalten können. Und was, äh, optimal Reichweite ist. Delta ist fast durch. Delta hab ich das Bein auch noch weg. Oh, jetzt hat sie sich gelegt, so ein Wichser. Delta ist weg. Auf geht's, auf Alpha drauf. Einmal elender Wichser. Bravo, hinter euch im Rücken. Ja, ich weiß. Hab mich geleckt, der Arsch. Ich bin dauernd. Das würde gut bewushen. Das würde wenigstens kürzen. Also der Dara braucht das noch, ein verrückteren Dreader. Ach verdammt, das ist ein Beschluss. Einfach hab ich jetzt beide Beine auf. Sehr schön. Sehr schön. So, was schreib ich jetzt? Nice, good game. Hahaha. Genau und. Ich glaub das hat ihn jetzt nicht so geschmeckt. Hahaha. 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 Das ist wohl hart zu einer Primetime-Zeit, gerade mal acht Mann im Scouting, also gut ab. Also, das ist schon ein bisschen, ne? Ja, das ist, also, ne, wird es jetzt nicht Primetime-Zeiten. Aber es ist trotzdem halt sehr wenig, ne? Guck mal, Invasion. Das ist Weihnachten. Invasion. Acht Leute in der Warteliste, oder zwölf, was habe ich eben gesagt, und alles nur auf einer Seite. Das heißt, die kriegen auch kein Spiel. Das ist aber normal bei den Amis. Das ist, das Beginn, die Weihnachtszeit, da flippen die Amis immer totale Auslösung, zähl mit jedem zum Scheiß. Ist ja auch das Weihnachtsfest, ne? Das ist ja, ich sag mal. Okay. Wien vor... Wir könnten es wieder die Kentaros und der Bashi sein. Nicht zu nahe bleiben, benutzt eure Distanzwaffen. Okay. Selbst die Streaker haben ja mehr Rangers, denn der Sam. Das war der Arm. Jetzt mal ein URV, damit uns keiner in den Rücken kommt. Ja, ich lasse eins hoch. Na ja, jetzt zwei URV ist ein bisschen viel. Ist doch egal. Ein feindiges URV. Feindiges URV oben. Kann das jemand abschießen? Also ich habe nur meine AC-20, deswegen. Ui, ich muss zurück. Ich muss unter anderem in meine ATMs. Ach, scheiße. Zwei Buschwecker. Ich muss zurückfallen. Deine ATMs kommen nicht rüber. Ich muss mir nicht reißen. Ja, dann würde ich auch ein Stück zurück. Einfach ein Stück zurück. Ja, geht halt nicht. Das hätte man mal runterholen. Buschwecker ist vor so Hit-offen. Also spätisch. Deine Buschwecker. Alpha, Alpha. Ja. Yolo-Dales oder was? Okay. Dann Yolo doch. Partner, Chaka. Ich bin mal lieber Eiko für mich ein bisschen in die Seite zu kommen. Ja, ja, mach das. Ich denke, es ist ja. Ich bin bei dir, Chaka. Ja, aber ich will langsam keine mehr traden. Ja, passt. Also irgendjemand muss jetzt... Also die... Ja, aber passt. Delta ist nicht durch. Ja, Delta ist kurz. Da habe ich aber auch schon Seiten vorgehoffen. Ja, dann lasse ich zurückfallen. Das Ding mal jetzt hin. Delta down? Was ist jetzt mindestens Reichweite bei ATM noch mit? Äh, 90, meine ich. Oder 120. 120. 120. 120. Also das war jetzt aber ein Facepalm, Alter. Ach, ich fand's gut. Das Spiel braucht noch ein Yolo Warhorn. Ja, ich bin da. Äh, wenn, dann will ich... Wenn, dann will ich... Wenn, dann will ich Lee-Roy-Jackins-Warren haben. Also ich habe vier KMWs und ihr so... Lass mich schauen. Ich will... Nein. Nein, es ist... Also das ist jetzt knifflig. Aber mit ATM sorgt kein Wunder. Ich habe keine ATMs gehabt. Streaks. Achso. So. So. Vielen Dank.